Hallihalloalöle und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead. Und weiter geht's. Die Scheibe wird glaube ich jetzt erstmal zerschmissen. Okay, ein Wurf haben wir. Okay. Interessant, oder? Okay, okay, jetzt aber ganz schnell. Okay, jetzt aber ganz langsam. Nicht zu schnell. Hey, Bud. Ich weiß nicht, was zu Mutter und Vater passiert, aber ich weiß, wenn du da warst, würden wir für sie sterben. Also, ja. Wir können uns wohlfühlen, dass das passiert. Hast du sie noch gefunden? Gib mir einen Moment. Es tut mir leid, dass ich es dir hier allein war. Ich hätte nicht... Ich hätte nicht die Familie verlassen. Fuck. Ich meine, du weißt, was ich meine. Es gibt keinen anderen Weg. Ach du Scheiße. Das sind die letzten Zucken, die du hast. Mann. Hartnäckig. Fuck. Okay, die Schlüsse. Okay, da sind sie. Verdammt Scheiße. Schnell, 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 schnell. Ach du verdammte Scheiße. Das sind zu viele. Das sind zu viele. Fuck. Ich hoffe mal, die kommt nicht rein. Mann, das war knapp. Aber wir haben es geschafft. Das ist alles, was wichtig ist. Ich habe die Schlüsse. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir die Pillen da drin finden. Okay, schließen wir die Kiste mal offen. Sesam, öffne dich. Und rein in die gute Stube. Ach du heilige Scheiße. Ich habe die Chance gewonnen. Ich habe die Schmerzen, die ich von mir verliere. Ich habe ihn verliere. Das ist alles, was ich. Aufrufe mich. Ich habe die Schmerzen, die du zugehalten. Oh, mein Gott. Duck, komm, Baby, time to go. I'm gonna get your truck pulled up round back! Do it fast! I gotta get my dad out of here! I don't plan on dilly-dallying. Honey, take Duck into the office and barricade the living hell out of the door behind me. Glenn, when you hear me honking in the alley, start getting people out of here! You got it. Doug, Carly, and Lee, you guys make sure our defenses stay up till then. And Lee, I better take that axe in case I run into any of them on the way to my truck. Here you go. All right, that door's not locked anymore. Shit! You three, get on it! I'll get back as fast as I can! Stay away from the windows. Glenn, we need your help, please! Hey, Lee. If we don't make it through this, we should know that... I think you're a great guy. We will make it through this! Doug, if we don't make it through this, you should know! I should know what? Huh? You said I should know... Shit! Funny. Are you sure? Shit! Oh, shit! Okay. Okay, then. Pimentai! Can you look for something that's sticking between the handles? Something real strong, okay? Okay. Oh, fuck. No, no, no. Pimentai! Did you find anything? Nothing! Oh, wait! That window is through! Go! No, no, no. Not now, not now, not now. I found something! Yeah, stuck. Exactly, exactly. Oh, fuck. And now I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. Get off me! No! 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 Nein, nein, nein! Oh mein Gott! Los geht's! Und jetzt raus hier. Klemme deinen Rennen. Du bist nicht gekommen mit dem Fisch! Nein! Woah. Fuck. Ich werde nicht jemand anderes essen heute. Besonders ein guter Freund. Motor. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das war so großartig! In der Mitte. Atlanta hat temporär gebraucht. Mit Attacks und Rioting. Das war so großartig. Die Mitglieder sind aktuell in ihrem Haus. Ich weiß nicht, warum. Lamp. Ich hab keine Achse mehr. Hey Glenn! Ich hab keine Achse mehr. Ja, ich hab keine Achse mehr. Und ich kann einfach nicht hier bleiben, zu wissen, dass sie in der Stadt gebraucht werden können. Es klingt, dass niemand weiß, was da passiert ist. Als wir ein paar Tage vorgebracht haben, könnte es auch so gehen. Ich muss meine Chancen nehmen. Okay. Ich glaube, es ist die falsche Entscheidung. Du musst tun, was du tun musst. Finde deine Freunde. Ich glaube, du hast den falschen Telefon gemacht. Vielleicht. Aber ich würde lieber die falschen Telefon machen, als die falschen Telefon machen, als die falschen Telefon machen. Ich respektiere das. Ihr seid sicher. Wir versuchen. Und Lee, du weißt, wenn das nicht besser wird, die Leute werden, wenn die Mädchen von der Glocke aufstehen. Du wirst sie einfach nicht? Du hast die Carly gesagt, dass sie die Schnauhe. Ja, ich glaube. Vielleicht bist du richtig. Ich weiß nicht, wie das so machen. Anyway. Bis zum nächsten Mal. Okay, Glenn. Wir sehen uns. Pass auf dich auf. Okay, weiter gucken. Hey, kid. Close call back there. Thanks for picking me up. No problem. We have to take care of each other. Yeah, we do. Hey, about Clementine. Yeah. Earlier, I said there's some stuff out there that might screw up a precious little girl like her. You did. Well, I still think that's true. But after what I saw today, I think between you taking care of her and her taking care of herself, you two are gonna be just fine. Thanks, Kenny. You got it. You got it. How you doing, Carly? I'm okay. You know, considering. I do. Yeah. I can't stop thinking about Doug. We couldn't have saved him, could we? I don't think so. It happened pretty fast. I know. It's stupid. We just met. And he was such a... It's just that... I think that I liked him. Well, I'm sure he liked you, too. You better have. Anyway, I'd rather be alone, I think. I understand. Wait, Lee? What is it? How did you choose? We both needed you. You picked me. I didn't. I thought you needed help. I was gonna help you both. But you helped me first. Yeah, I did. I just wish we both could have made it, you know? Me too, Carly. Me too. Did you check the glove box? Okay, before I do this, I will try to take a little break again. A little bit more and get up. I'll try to take a little break again.